Universal Pictures stellt vor, das Regie-Debüt von einem der talentiertesten und angesehensten Künstler Amerikas. Cut! Cut, 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 cut! Oh, hallo Freaks! Wie schön, dass ihr hier kurz vorbeischaut. Euer Freund, der Gruff, die hat in Hollywood endlich seinen Super-Coup gelandet. Ich bin nämlich gerade dabei, meinen ersten Film zu drehen. Der letzte Schrei. Na, Lust auf eine Kostprobe? In meinen ersten großen Gruselschock wollte ich eine Menge Spannung reinpacken. Special Effects. Sex. Gewalt. Szenen, bei denen es euch eiskalt den Rücken runterläuft. Schocks. Kamera. Action. Eine wilde Jagd durch die Jahrtausende. Ein Wettlauf mit der Zeit. Der Kampf zwischen Gut und Böse. Na, meine Freunde, Zeit für ein Spielchen! Und die entscheidende Schlacht zwischen Menschen... Tut mir leid. ...und Dämonen. Ich werde dir nichts tun. Das war gelogen. Mit den Stars Billy Seen aus Tödliche Stille, William Sadler aus Stirt Langsam 2... ...und Jada Pinkett aus Manage to Society. Oh, ich liebe diese Titel. Und ihr werdet Ritter der Dämonen lieben. Sie sind hier! Die Dämonen sind hier! Und Ladies, wenn euch Ritter der Dämonen zu sehr schockt... Ah! Vielen Dank! Ja, ich liebe die Dämonen. 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 Vielen Dank.